Ja, ich fahre mich schon mal warm für unser Date am Sonntag um 11 Uhr auf dem YesAuto YouTube-Kanal. Dort startet nämlich der Livestream. Du und ich wir beide können interaktiv ein Auto testen und zwar nicht nur irgendeinen, sondern einen BMW, wie ihr hier sehen könnt. Den neuen BMW 3er und der macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin den schon mal gefahren beim BMW Experience Driver Parcours. Das ist ein wirklich tolles Auto und du hast jetzt die Möglichkeit, mir zu sagen, also Regie zu führen, wie ich das Auto testen soll und was ich machen soll. Also ein interaktiver YouTube-Livestream über ein tolles Auto. Also was gibt es da noch Besseres? Unbedingt im Kalender markieren. Diesen Sonntag um 11 Uhr geht es los. Ich fahre mich, wie gesagt, schon mal warm, damit wir dann die beste Fahrfreude und Qualität genießen können. Einfach mal vorbeigucken und abonnieren auf YesAuto und dann kann es eigentlich schon losgehen. Bis dahin. Ciao.